Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer spannenden Folge in Empyrean. Und ihr hört es ja auch schon, hier sind ein Haufen Aliens. Ich möchte recht herzlich an meiner Seite begrüßen den Lexi. Hallöchen. Und den Harry Haku. Hallo. Und wir haben ja die letzte Folge etwas überzogen, aber nur weil wir alle so gespannt sind. Und Lexi, sag ruhig Bescheid, wenn es so weit ist. Wir wollen sie ja nicht überziehen. Also das war keine Absicht mit überziehen, aber hier sind, ein Schutzanzug ist hier noch drin, glaube ich. Hat schon rausgeholt, ne? Ich habe nämlich ein mittlerer, 150. Ich habe auch ein Schild. So, und wir müssen die Systemkonsole finden. Und es ist gerade sehr spannend, wie Lexi gerade betreffend bemerkt, ja, tatsächlich. Alter Falter. Oh, 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 oh. Boah. Der lädt immer dann nach wie in Anheinspüren. Jawohl, das war kaputt. Und guck mal dort drüben hin. Guck mal dort drüben hin. Nee, das ist ja schon... DUNK! Mann, ey, brauchen die ab und herz noch. Kommt die denn her? Ich muss mich erstmal heilen hier. Der hat hier aber Schaden genommen, ey. Oh so, ich komme wieder zu Hause. Den habe ich gar nicht für voll genommen. Ist das so ein Zirak, oder? Ich muss erstmal meine Waffensysteme und alles und erstmal was essen und Hunger und Salami essen. Eigentlich ist alles sehr spannend. Ich wollte hier gerade mal reingucken, Lexi, wo der Kern war. Da ist nämlich eine Konsole da drin. Warte, geh ich später rein. Oh, Staufschüsse gehört hierzu? Ja, nimm mit. Schlag zu, Harry, Schlag zu. Hier sind Spritzen drin dort. Na, Entgiftung spritzen, ne? Antiparasiten und so weiter. Sind auch nicht. Nehmen die erstmal mit. Die können wir auch jemanden. Medipack oder so? Nein, ich habe noch. Danke. Ja, vielleicht ins Kläse. So, hier ist eine Konsole. Systemkonsole gefunden. Die Türen sind aufgrund eines Belüftungsproblems verschlossen. Finde die Belüftungssteuerung und hebe das Problem auf. Toll. Also, hier brauchte ich gar nicht mehr ran. Das hat jetzt einfach bloß gereicht, diese zu suchen und zu finden. Ach, da drüben ist die. Ja, hier drüben. Brauchst du gar nicht ran, bloß in die Nähe gehen. Ah, hallo. Scheiße, ey. Nice. Also, wenn das nichts ist, Leute. Boah. Gusel, gusel. Was? Ventilation Control. Ach, das ist doch das. Was ist das? Das könnte nicht fieser auskommen. Oh! Ich würde das. Ich würde das. Was ist ja auch wieder viel. Ja. Ich würde das. Das müsste vielleicht nichts bezahlen, na, ha. Lexi, es ist aber auch spannend hier, du. Ich habe hier tatsächlich mal wieder nach langer Zeit Gänsehaut bei den Spielen. Alter, Alter, das ist ja hier halt. Aua! Ich wollte gewissen. Harry, lass dir nicht beißen, ne? Oh, scheiße. Was ist denn noch? 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 Ich habe gewissen. Ich habe... Wie kann ich kein Schalter betätigen gerade? Ja, ich habe eine Konsole gefunden. Feindlich Lebensform im hinteren Hangar entdeckt. Das wissen wir. Ja, ja, ich bin tot. Schwerer Kampfroboter, nicht aussprechbar. Oh, wie? Schiffsverteidigung. Nee, nee. Ja. Wo bist du denn jetzt gelandet, Harry? Ich bin aber noch hier im Gang. Ich bin gerade verhungert. Ja. So, Harry, wo liegt der rum? Hoopst du noch was zu essen? Was war das eben? Ich bin gerade mit dem Gast. Nein, du bist doch. Ja, du bist toben und dann sag mal, wo du landest. Ich sterbe. Harry, ich weiß nicht, wo du bist. Dann, wo du... Dann, was ich hier im geheim Container entdeckt, die in der Decke oben. Ich weiß nicht, wo du bist, da, wo du hier oben in der Decke darstellt. Aliencontainer, na toll, oh ja, Medpack, Detox, Waffen, Pulsgewehr, Titanstäbe nehmen wir mit. Ich nehme noch ein Pulsgewehr mit Harry, falls du noch eins brauchst. Die Geräusche werden ja immer schlimmer. Die Toxkit, Lexi, habe ich noch hier. Was habe ich denn nun schon wieder, wieso verhungert man so schnell, Lexi? Ach, Parasiten, oh, warte mal, was, gegen was kann man das, Strahlungskit, ne, war es doch Spritzen erst eingesammelt, oder? Ja, warte mal, Hautparasiten, jetzt sehe ich das erst, ne, sag mal. Seimos. Seimos. Und zwar beim Schiff, das ist verfallen, glaube ich. Ja, den Teleporter benutzen. Aber außerhalb von dem Schiff. Ja, 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 ja. Da musst du reinschweben. Bis hier fliegen. Ach, hier wollte ich ja rein. Aber zu essen, das wird immer mit einem halben Essen, immer auswiderisch. Das ist scheiße. Ja, das ist richtig, ich bin hier auch verhungert, weil Parasiten habe ich gerade gelesen und Lexi hat mich drauf aufmerksam gemacht. Ein Glück. Ich bin hier in der Mitte abgebogen. Ach, hier, genau. Ja, schwebt da rum. Reinigt das Wasser, das verboten ja mal mit, oder? Ja. Herrlösung, kurz. Räusche, ey, unten ist alles offen. Wer schießt denn da? Ich schieße. Ach so, Harry, dann haben wir dich schon gehört. Ja, weil es ein Dreckfieger halt kommt. Alles klar, Harry, dann haben wir dich gehört. Hä? Harry? Harry? Harry! Junge! Das ist jetzt wieder die ganze Zeit zurückgehend von Harry. Reinhold. Warning. Soll ich die Lüftungssteuerung deaktivieren, oder was? Ah, Entschuldigung. Ah, Entschuldigung. Ja, die müssen mal reaktivieren. Was schiebst du da rum, Thorsten? Hier. Wieso, Harry? Harry, du musst mal zurückgehen zum Treppenhaus, glaube ich. Da müsste er von unten wieder hochkommen. Oder von oben nach unten. Ne, unten nach oben. Ich komme jetzt nicht zum Treppenhaus, oder? Das Treppenhaus war doch hier so, genau. Bist du unten oder oben, Harry? Ich bin jetzt am Anfang. Welche Ebene waren das? Wir waren unten neu angefangen, ne? Wir müssen ja eh nach Ebene 2. Ach so, da ich muss noch die Lüftung deaktivieren. Die ist ja da oben gewesen, der Schalter. Aber Harry muss es auch noch... Ich habe auch noch nicht die Lüftungssteuerung gefunden. Das stimmt. Ja, wir haben wir schon davor gestanden. Dann haben wir ja Harry erst mal geholt. Ach so, dann lass es da hin. Harry, da bist du. Harry, da bist du. Harry, Junge. Du bist nicht hoch. Harry. Harry. Wo ist Harry? Harry, komm, Harry. Komm mit Harry. Endlich bist du wieder da. Harry. Wir schützen dich. Harry ist noch ganz schön. Harry ist noch ganz benommen, so. Er ist noch ganz benommen, so. Dann gehe ich in die Mitte, jetzt. Ja, bis zum Ende und hinten links. Harry, Junge, was los? Bis zum Ende vom Gang hinten links. Ja, der hat schon gedrückt, ne? Okay. So, gefunden. Flüster, Flüster. Dafür wirst du bezahlen, dass du meinen Kindern Schaden zugefügt hast. Problem beheben. Ja, was ist jetzt das Problem? Und jetzt ist sie stinksauer. Jetzt müssen wir irgendein Problem beheben. Okay. Ja. Harry hat das Problem behoben. Harry ist beim Problem beheben. Harry, wo behebst du gerade Probleme? Ich gucke gerade mal im PDA. Problem beheben. Ich ziehe den Hebel im Lüftungs-Wartungsraum, um die Tür auf Ebene 4 zu öffnen. Aha. Also hier ist ein Hebel an der Wand, da wo wir gerade reingelaufen sind. Ich finde das gut, dass wir immer so wirre durch die Gegend rennen. Aber den kann ich nicht betätigen. Diesen Hebel habe ich betätigt. Genau. Habe ich auch. Jetzt müssen wir noch ein Problem beheben, Lexi. Lexi, hast du Probleme? Das steht bei Problem beheben, aber da. Na gut. Harry, hast du Probleme? Nein. Die Lüftungssteuerung habe ich gefunden. Ich gucke mal in mein PDA. Problem beheben. Ziehe den Hebel im Lüftungs-Wartungsraum, um die Türen auf Ebene 4 zu öffnen. Ja, Lexi. Aber das konnte ich nicht. Ich kann hier nicht beheben. Ist das der Lüftungs-Wartungsraum denn hier? Ja, hier haben wir ja die Lüftungssteuerkonsole gehabt. Ventilation Control Board. Ja, aber ich kann hier ja nichts betätigen. Pull lever to unlock ventilation corridor level for maintenance core. Also ich kann hier nichts betätigen. Ah, ja. Harry hat was gefunden. Harry, wo steckst du ungefähr? Ach, hier sind noch hier. Übrigens also noch Hebel, Lexi. Ach, wir müssen alle bilden. Alle bewegen wahrscheinlich. Einmal hier oder nicht an jeder Ecke hin. Ja, das denke ich, dass wir das Problem sein. Oh, nicht. Die Stimmen werden immer gruseliger hier. Das ist hier der Sonnenraum. Der Sonnenraum. Er ist nicht da. Der Sonnenraum. Das ist hier. Der Sonnenraum. Es ist da, was denn das ist das? ja das kann ja auch nicht sagen müssen wir da vielleicht eben zwei runter wir sind eben 4 ebene 4 kommt man rein ich bin jetzt auf ebene 4 hier soll ja eine tür eigentlich aufgehen so ziehe den hebel öfter um auf der ebene 4 ist dann offen jetzt so und was soll man dann von ebene vier hier ist so gruselig und die serie dieses hier radioaktiv hier ist bloß elektronik drinnen in der box ich danke lexi das ist gut die sporn hier plötzlich oh ich wollte gerade so angreifen giften irgendwas mit entgiftung geschützt um jetzt rechts von dir hinter das geschützt um ich habe hier die gänsehaut leute ist auch total fies an den schiff von außen sind okay durch hier oder war abscheulich ist jetzt sehr gut und die strahlung soll ich muss die ganze weg wieder zurücklaufen bist du jetzt verstorben lexi ich war oben auf dem schiff wieder rauskommt aber ich bin schon im treppenhaus eben die vierte und die er liegt jetzt nach 2 harry hat hier hinten schon gekauft sehr gut habe ich noch das scharf schützengewehr schrotflinte habe ich gehabt kobalt waren die können wir mitnehmen pflanzen finden wir noch magnesium pulver kraftfelder kriegen wir in sprengladung die nehmen wir mit die brauchen wir vielleicht was es brennt irgendwas brennt jetzt hier strahlung stehst neben der schubdüse ich dachte nicht stehen in der schubdüse ich habe schon gedacht richtig viel ist das hier war mir das war es nicht runter gehen Let's go to the theater. Ah, wie geil! Nein! Harry, zusammenbleiben! Harry, zusammenbleiben hier! Harry, hierbleiben! Harry, dich vorrennen! Aber, das ist hier wohin? Oh, was läutet jetzt hier? Achtung drüben! Hinter euch! Kommt die Fieser her, ihr! Der Kontaminierungskid! Nimm mit! Puh! Dieses Vieh hat mir hier ein Bein gebrochen. Das muss man verbinden jetzt. Machst du eine Modage? Ja, hab ich schon. Hast du ja. Ich hatte erst im Schrank zehn Stück gefunden. Boah, ja. Das ist... Besatzungszimmer hier, ne? Ja. Da haben sie alle rein. squap squap brot schlicht ist gutter. Kan ich dir empfehlen, ne? Dass auch wasf Löhls ist! Diese Dusche! Kf musik! Jaaa! Boah, das kommt so viel an! Jetzt kommen solche viele Rüchen! Ja... Ist noch ein Pulsgewehr. Macht aber nicht so viel Schauen. Jetzt geh ich irgendwo hin? Nee. Ach, hier! Die hatten ja irgendwie Leute in Quarantäne gestarrt. Hat er erzählt. Ja... Oh-oh-oh-oh-oh... Wo ist das? Woher ist das? Nichts Ah gut, ich bin voll aus Achtung, Ameise von irgendwo sind wir irgendwo gekommen Das ist eine Spinne Oh, wie groß war das Vieh? Riesen Wenn der Schiffstrom an der Decke ist Ich hab gesehen, du Danke, Lexi Eben noch wegzeitiger Meine Güte, du Durchschlauen Die Schiffstrom Die Schiffstrom Die Schiffstrom Oh, ich bin schlumpf Also Harry, da haben wir ja im gleichen Wege Ich bin auch drauf Und die Zeit ist 24 Minuten Verdammt Okay, Leute Bis zum nächsten Mal Eure Fallout Legends Oh, nee Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss